Radio Edelstoff Servus Michi, sag einmal, wo bist denn du? Wir sind schon auf der Hütte. Das wird heute nichts mehr. 20 Kilometer Stau am Irschenberg. Nein, wir sind noch im Augustinerkeller. Sag es halt gleich, ich bin in 10 Minuten bei euch. Ah, da will ich Ski. Ja, was machst du mit den Ski da? Wirst schon sehen, nachher schneit es. Immer erst einmal ein Bier, oder? Ja, gerne, ich habe einen Zautwurst. Ist das ein Traum? Ja, Wahnsinn. Stefan, sehr gut. Hörst du die Bella? Da seid ihr endlich. Stefan, schön dich zu sehen. Ich kann mir jetzt was Superschönes zeigen. Ja, dann los. Das sind die Schäferwagen. Die haben alle ein Motto und die kann man auch alle reservieren. Sind die nicht süß? Hey, die schauen echt klasse aus. Und schau mal, der Ludwig, da mal einen Abend zu zweit. Das machen wir mal. Kann ich mir total gut vorstellen. Aber die kann man auch für bis zu 12 Personen mieten. Da müssen wir unsere Freunde mal fragen. Das machen wir. Hey, guck mal. Was macht denn der Laternenumzug da? Ja, ist doch logisch. Die Winterhütten im Augustinakeller sind jedes Jahr vom St. Martinsumzug über Nikolaus bis Ostern. Ja, klar. Schau mal, Michi. Das sind die kleinen Winterhütten. Die sind alle nach ehemaligen Bedienungen benannt. Ist das nicht nett? Boah, hierher müssen wir mal alle einladen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Boah, die Schotten. Schau, super. Ich schau mal, es kippt ja nicht, es schneit. Ja, über Wahnsinn, es schneit. Habe ich euch doch gleich gesagt. Michi, du alter Hälte. Ja, genau. Hey, hast du das gesehen? Da war nicht immer ein Bierfass. Ah, du Schmacher, jetzt gehen wir heim. Ah, du Schmacher, jetzt gehen wir heim.